Wir sind zu dritt. Wir bestehen aus Eli, Marvin und mir, Raphael und wir haben euch mitgebracht Jolly Jawsing auf der Play und das Projekt ist entstanden bei uns an der Universität während des Masters und wir haben das an der Burgibichenstein Kunsthochschule in Halle entwickelt. Das Besondere daran ist, dass wir die virtuelle mit der analogen Welt irgendwie verbinden. Wir geben den Teilnehmern Lanzen und Pferdchen und Rüstung in die Hand, mit denen sie sich ausrüsten müssen und dann halt gegeneinander antreten müssen über drei Runden. Die Play ist eigentlich für uns eine große Möglichkeit, an einem breit gefächerten Publikum heranzutreten mit unserem Spiel und denen zuzuschauen, wie sie Spaß haben hoffentlich und das tun sie auch bisher. Und was wir besonders spannend an der Play finden, ist eigentlich, dass es eben genau dieses breit gefächerte Publikum uns bietet. Es ist dann alles dabei von Lehrenden, Schülern bis auch Leute von der Industrie, was dann viele Möglichkeiten bietet. Musik 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 Musik